Musik Herzlich willkommen bei einem Mac-spezifischen Patchwork-Video, in dem wir uns ansehen, wie wir einen Text, der in Pages erstellt wurde, nach Patchwork bekommen. Als erstes müssen wir diesen Text in Pages öffnen und mal kurz kontrollieren, und zwar darauf hingehend kontrollieren, ob auch die Kapitelüberschriften fettformatiert sind. Das ist nämlich wichtig, dass die Überschriften der Kapitel fett sind. Die Größe ist vollkommen egal, bloß wichtig, fett, weil dadurch erkennt dann der Smart-Import von Patchwork, aha, da beginnt ein neues Kapitel. So, und damit wir den Text in Patchwork importieren können, müssen wir ihn zuerst als RTF-Datei vorliegend erstellen. Das machen wir ganz einfach über Ablage, dann Exportieren, und hier steht nicht RTF, sondern wir müssen über diesen Unterpunkt Formatierter Text gehen, und hier öffnet sich das Geheimnis. Hier können wir auch noch zusätzlich sagen, RTF-Text. Reiner Text wäre ohne Formatierungen, das wäre für uns nicht brauchbar, weil ja hier kein fettes Kapitel mehr erkannt werden kann. Also RTF, dann weiter, und dann können wir den Titel lassen, den dieses Dokument hat, weil es ja mit einer anderen Endung abgespeichert wird, und sagen Exportieren. Das war es auch schon bei Pages, und nun sehen wir uns an, wie wir in Patchwork diesen Text in ein Projekt umwandeln. Als erstes legen wir natürlich ein Projekt an, in unserem Dokumentenordner, und nennen es auch so, wie das Pages-Dokument geheißen hat. So. Und nun haben wir unter den sechs Möglichkeiten, wählen wir uns die dritte aus, größeren Text mit Smart Unboard importieren. Als erstes geben wir an, welche Datei wir öffnen wollen, und das ist unser Lachspringer-Teil 1-RTF, das wir gerade eben in Pages erstellt haben. Wir öffnen diese Datei. Hier sind noch ein paar Beschreibungen, und beginnen. Wir sehen hier, der Import erfolgt, und es kann losgehen. Smart Import funktioniert so, dass immer ein Teil Text markiert wird. Auf der rechten Seite in dem Textfenster, und auf der linken Seite hier können wir angeben, was soll mit diesem markierten Text passieren. Bitte lieber etwas mehr Zeit lassen, als zu hudeln, denn man kann diese Schritte nicht rückgängig machen. Es ist kein Drama, man kann natürlich dann in dem Patchwork-Dokument alles Mögliche wieder ändern, aber es ist ein wenig Mehraufwand, der sich vermeiden lässt. Okay, wir haben also hier mal den Titel Lachspringer, das wird der Titel des Romans, also markiertes ist Titel. Hier könnten wir den nochmal ändern, sagen wir, okay, das ist so in Ordnung. Diesen Text können wir nicht übernehmen, der wird dann in den Projekt-Eckdaten noch genauer definiert, also überspringen wir den Text. Diese Überschrift ist zwar fett, aber das Inhaltsverzeichnis brauchen wir auch nicht, also überspringen wir den ebenfalls, den auch, und so gehen wir da noch das Ganze durch. In dem Fall kann man hergehen und einfach bis hierher markieren und sagen, das brauchen wir nicht. So, und jetzt wird es ernst. Das ist die erste Kapitelüberschrift und nun haben wir mit diesen Bereichen hier eroben, also mit den beiden nichts mehr zu tun, höchstens mit den zwei. Und wir sagen, okay, das ist eine Kapitelüberschrift. Und wir sehen schon am Rande links, da hier passiert etwas, es ist das Kapitel Ashley angelegt worden. Nun markiert Patchwork üblicherweise so lang, bis es zu einem Leerabsatz kommt, zu einem Stern-Stern-Stern-Absatz, also auch einem Szenenwechsel oder einer neuen fetten Passage. Hier und da kann es vorkommen, dass die Markierung bloß bis irgendwo in die Mitte geht. Das kann dann passieren, wenn irgendwelche nicht direkt interpretierbaren Zeichen im Text sind. Dann kann man einfach mit mehr markieren den Text so lang markieren lassen, bis er zum Ende der Szene markiert ist. In diesem Fall sagen wir okay, das ist jetzt ein Szenentext mit einem mittleren Absatz, also mit einem Leerabsatz danach und klicken da drauf. Es wird der nächste Bereich markiert, wir sagen okay, markiertes ist wieder eine Szene mit mittlerem Absatz und dann schließlich noch ein letztes Mal. Jetzt sind wir bei der zweiten Überschrift, wir geben Patchwork wieder an, dass es sich um eine Kapitelüberschrift handelt und es wird wieder Text markiert, Szene, Szene. Drittes Kapitel, Überschrift, Szene und hier haben wir einen großen Szenenwechsel, dann können wir auch hier gleich sagen, großen Szenenwechsel, nochmal einen großen Szenenwechsel und dann die letzte Szene. Hier heroben übrigens können Sie sehen, wie weit Sie mit der Übernahme sind bei diesem Fortschrittsbalken. Wir klicken hier drauf und die Übernahme ist beendet. So, das war das ganze Mirakel und wenn wir jetzt hier auf die einzelnen Szenen, in der Kapitelüberschrift sieht man nichts, aber wenn wir auf die einzelnen Szenen klicken, finden wir hier unseren Text, den wir in Pages geschrieben haben, wieder und wie man hier sieht inklusive auch Formatierung wie zum Beispiel Kursivschrift. Okay, das war's auch schon. Ich wünsche frohes Schaffen mit Patchwork auf dem Mac und bis zu unserem nächsten Video. Tschüss! Bis jetzt!